Hallo Leute, was geht ab? Hier ist Grofen von der Koffys Tourer. So dass ich jetzt ein paar Wochen keine Videos von mir und von Kevin kam. Das war so, ich habe jetzt nicht mitgespielt und wie gesagt, darum kommt jetzt ein Entschuldigungsvideo auf unserem Kanal. Und wie gesagt, keine Sorge, Videos werden noch kommen, von uns noch. Ja, wie gesagt, das zieht jetzt aus, dieses Jahr noch, wie gesagt, wie ich es gesagt habe. Und damit noch gute Videos kommen dann. Und wie gesagt, ja, da wird euch noch ein bisschen weiter was freuen. Geiles freuen. Und wir haben auch noch geplant. Und das wird auch noch kommen. Und ja, darum wollte ich jetzt sagen, entschuldige mal, dass ich in Paris komme. Tschau. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020